Im Stadio Paolo Matza musste Juve auf den erkrankten Weltmeister Sami Khedira verzichten, dafür saß Benedikt Höwedes nach überstandener Adduktorenverletzung zumindest wieder auf der Bank. Bei Serien konnte Alte Dame allerdings ausbauen, seit 10 Spielen ist Juve in der Liga ohne Gegentor und seit wettbewerbsübergreifend 24 Pflichtspielen ohne Niederlage. Video Man United beweist Köpfchen, die Hicklides gegen Borussia.